Hallo Honey, das ist der Untamed Podcast. Ich bin Sabine Spallek, der Host dieser Show und ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ich bin heute ein Rule Breaker, das bin ich grundsätzlich, ja, I'm a little pirate. Heute nicht so ein ganz großer, aber eigentlich sollte heute ein Interview eigentlich stattfinden, so zu meiner üblichen Routine, zu meinem Rhythmus, aber es kam das Leben dazwischen letzte Woche, sodass ich meinen Interviewgast nicht interviewen konnte und habe mich daher entschieden, so, fuck it, das ist das Schöne, die eigene Chefin vom eigenen Business zu sein, richtig? Ich mache hier die Regeln, sonst kein anderer. Und ich dich nicht hier länger auf dem Trockenen lassen möchte, dass du halt auf eine Länge, auf eine Episode warten musst, mach dich okay. Mache ich einfach wieder eine Solo-Episode, die du sonst nächste Woche erst gehört hättest. Also, here we go. Und zwar ist das Thema heute, du hast ja den Titel gesehen, hast ja draufgeklickt, was du brauchst, um 2023 erfolgreich auf Instagram zu sein. Und manche denken vielleicht gerade, boah, lehnt die sich ja gerade weit aus dem Fenster. Ja, tue ich, könnten einige sagen, so I don't care, weil ich zu den Menschen gerade gehöre auf Instagram, die zum Beispiel jetzt zu diesem aktuellen Datum, was ist denn heute? Heute ist der 14.11.2022 und ich habe keine 5000 Follower und erlaube mir eine Podcast-Episode über dieses Thema, über Wachstum und was du brauchst, um sichtbar zu werden auf Instagram. Yep, das traue ich mir. Und genau aus diesem Grund, weil Leute oder Accounts wie ich, die auf Instagram noch keine 10.000, 20.000, 100.000 oder größere Reach haben, diese Leute zu verstehen für dich auch, die nochmal ganz anders arbeiten, ganz andere Strategien haben, ganz andere Art Content kreieren, noch auf eine andere Art und Weise und auch nochmal eine ganz andere Sprache sprechen, die mit dir, wenn du jetzt gerade ganz, ganz am Anfang stehst mit deinem Business und gerade vielleicht ist dein Account noch nicht mal existiert oder vielleicht ist es ein privater Account oder sogar nicht mal sichtbar, also auf privat gestellt, sodass keiner es sehen kann oder vielleicht hast du gerade die ersten 50, 60 Follower, dann bist du genau hier richtig, weil du meine Sachen, die ich jetzt hier mit dir teile, meine Advice, viel besser aufnehmen kannst, verstehen kannst und für dich integrieren und adaptieren kannst, die gerade für dich viel wichtiger sind, weil manchmal erzählen oder gar nicht erzählen, teachen, guiden Leute, die halt schon so riesengroße Accounts haben, dass die, deine Beginnersprache oder vielleicht wohl gerade ein bisschen Wachstum, dass sie die Sprache nicht, also dass ihr euch beide nicht versteht, dass es ein bisschen anfühlt, als würde man eine komplett andere Sprache sprechen und deshalb will ich dir, und dann natürlich, es ist meine ganz eigene objektive Meinung und mein Eindruck, was für nächstes Jahr, für 2023 existenziell aus meiner Sicht und Perspektive wichtig ist, damit du ein erfolgreiches Business hast und an dieser Stelle lässt sich auch erstmal, ne, Erfolg, also was du auch für dich für erfolgreich definierst, aber für mich erstmal erfolgreich ist, dass du von deinem Business leben kannst, so, dass es nämlich hier kein teures Hobby ist, sondern dass dein Business dein Leben finanziert und all das, was du dir wünschst und ich fange aber als erstes nochmal an, du brauchst erstmal grundsätzlich, meiner Meinung nach, kein Instagram, um einfach ein erfolgreiches Business zu haben. Ja, wirst du jetzt denken, das ist für mich gerade ein ganz, ganz wichtiger Topic-Thema, vielleicht für alle Leute, die hadern, die kämpfen mit Instagram, auch die möchte ich hier gerade abholen und mitnehmen, denn so viele glauben, Insta ist existenziell, ist dieser Holy Grail, also ohne Insta geht hier gerade gar nichts mehr und das ist so viel einfach das Nachplappern und Nachmachen, ohne selber für sich selber zu gucken, ist das überhaupt eine Plattform, mit der ich gerne interagiere, ist das ein Ort, wo meine Kunden, meine potenziellen Kunden überhaupt unterwegs sind und macht mir das überhaupt Spaß? Und wenn du mich schon eine Weile kennst, weißt du, dass ich niemand bin, der dir irgendwas erzählt, sowas wie you have to, also diesen Blueprint, dass ich dir erzähle, dass das, was für den einen funktioniert, dass man das einfach auf den anderen überstülpen kann. Darin glaube ich einfach nicht, weil wir Menschen individuell sind und einzigartig sind und dass das sehr, sehr wichtig ist, für dich rauszufinden und nicht einfach irgendwas, copy, paste, stumpf, blind hinterher zu eiern und rennen. Weil ich möchte nicht, das ist mir ganz, ganz wichtig, ich möchte nicht, dass du wie so ein blindes Huhn durch die Gegend rennst, sondern dir ganz, ganz bewusst machst, dass es halt auch so wichtig, das große Ganze zu sehen von deinem Business und auch manchmal rauszuzoomen und analytisch, ja, dieser ganze Flow und I love it, diesen Feminine-Teil und den zu expressen und dann aber auch, wie wichtig das ist, diese Struktur genauso in deinem Business zu haben. Und dazu gehört sowas auch, wo ich dich heute mitnehmen möchte und das will dann richtig Spaß machen, zu gucken, okay, wo, auf welchem, ich nenne es mal Playground, auf welchen Playgrounds willst du spielen? Und Instagram ist für mich zum Beispiel so ein Playground. Es gibt noch viele andere, aber darum geht es heute nicht. Und ich habe in einer Zeit mein Business gestartet, 2014 war das, genau. Und ich fühle mich immer, wenn ich das erzähle, so ein bisschen, als würde ich so hier, Oma erzählt vom Krieg. So fühlt sich das mal für mich ein bisschen an. Denn als ich mein Business gestartet habe, hat Instagram zwar existiert, aber Social Media war bei weitem nicht, also hatte nicht so einen dominanten Platz in unserem Leben und damit auch im Marketing, wie es jetzt der Fall ist. Also ich möchte dich an dieser Stelle einmal einladen, bevor du weiter dir diese Podcast-Episode anhörst. Frag dich, hast du dich mal ganz, ganz ehrlich gefragt? Ist Insta überhaupt etwas für dich? Also ist das eine Plattform, ist das dein Playground, an dem du wirklich sein möchtest? Und Darling, es ist totally fine, wenn das nicht der Fall ist. Du fällst nicht um, du stirbst nicht und dein Business kann dennoch wundervoll erfolgreich sein, ohne Instagram. Und ich sehe so viele Frauen, die ihre Selbstständigkeit starten. Und der meiste, guck mal gerade bei dir, vielleicht hast du schon gestartet oder du möchtest es, selber zu gucken, warum willst du überhaupt die Selbstständigkeit? Was sind die Gründe gewesen? Und bei vielen der Großteil ist, und war bei mir genauso, ich will Selbstbestimmtheit und Freiheit. Also du willst aus diesem Käfig ausbrechen, aus dem du gerade steckst. Du willst da raus, du willst deine eigene Chefin sein, du willst deine eigenen Regeln machen. Und dann starten sie mit der Selbstständigkeit und dann, sehe ich bei so unendlich vielen, fangen sie wieder an, sie sind wieder in einem Käfig. Genau das Gleiche. Aber viel schlimmer, diesmal haben sie sich den Käfig selber gebaut. Und damit meine ich zum Beispiel Instagram, also sich auf einer Plattform rumtreiben und etwas der Meinung sind, was sie bespielen müssen und dabei keine Freude haben. Weil ihnen irgendein Marketing-Guru oder irgendwer erzählt oder sie selber glauben, dass es jetzt, weil ihr Umfeld ihnen erzählt, genau, jeder ist jetzt auf Insta, ich muss jetzt Insta machen. Dass sie das gewählt haben, diese Plattform, aber sie ihnen keine Freude bereitet. Darling, dann ist es time. Stop this shit. Ganz wichtig, aber auch an dieser Stelle, dich zu fragen, ist es, also rauszufinden, ob Instagram etwas für dich ist oder nicht, ganz ehrlich zu dir zu sein, weil ich das auch manchmal bei meinen Mentees habe, dass sowas kommt, so nee, Insta will ich nicht. Und dann eigentlich dahinter liegt, es ist außerhalb ihrer Komfortzone. Ja, und da ist ein Riesenunterschied. Wenn es außerhalb deiner Komfortzone ist, dann Darling, oh mein Gott, jump. Rein, genau da rein. Nicht wegrennen, sondern genau da rein. Genau da rein. Da ist Wachstum, da ist Entwicklungspotenzial drin. Und was meinst du, das erste Mal ein Instagram live oder das erste Mal vor der Kamera sprechen? Das war ganz, ganz, ganz weit weg von comfortable. Und dass mir das irgendwie eine Riesenfreude bereitet macht. Ich hatte wahnsinnige Angst. Und das ist, so Gott, wer sieht das? Beziehungsweise, oh Gott, was ist, wenn das niemand sieht? Also diese beiden Stimmen, die Stimmen im Kopf. Und wo es mir aber umgeht, genau für dich halt rauszufinden, ist diese Plattform etwas für dich? Willst du denn ausprobieren? Oder beziehungsweise es überhaupt mal auszuprobieren? Und dann ganz ehrlich zu sein, rauszufinden, genau, ja oder nein. Also sollte für dich ganz klar Stellen sein, okay, Instagram ist nichts für dich, dann bleibt dennoch dran. Denn ich habe hier gleich auch das, was ich dir erzähle, ist, lässt sich auch nicht nur auf Instagram übermünzen, sondern auf jegliche Art und Weise deines Businesses. Und was ich mit dieser Podcast-Episode auch bezwecken möchte, wenn ich dafür sorgen kann, erst mal, dass du ein erfolgreiches Business hast, das ist mein größter Antrieb, dass du rausgehst, dass du mit deiner Message rausgehst und die Frau bist, die untamed, ungezähmte Frau, die ihr Leben lebt to the fullest. Yes, hell yeah, dafür bin ich hier. Aber auch möchte ich, ich möchte nicht mehr sehen, all diese Karteileichen auf Instagram, all diese seelenlosen Accounts ohne Vibe, ohne Biss, so einfach wie so ein labbriger Toast. All diese Accounts, die irgendwie existieren, aber ganz weit weg sind von Lebendigkeit. Und für mich ist, ich habe das vorhin mal schon erwähnt, Spielplatz, ich nenne es immer Playgrounds, also Instagram ist einer meiner Playgrounds. Und ich liebe dort, für mich persönlich, ich liebe diesen schnellen Austausch, dass ich direkt mit euch kommunizieren kann. Ich kann mit den Stickern fragen, mit den Umfragen und kann direkt in den DMs sofort mit euch im Austausch sein. Und ich liebe es auch, vor der Kamera zu sprechen. Und ich, mittlerweile, mittlerweile liebe ich das. Ich liebe Lives. Und das ist für mich auch mein größtes Tool, meine Möglichkeit, dich in meine Welt einzuladen, in meine Energie. Also diese ganzen Live-Events, wenn du schon mal bei mir beim Webinar dabei warst oder bei irgendwelchen anderen Live-Events vor der Kamera, dann weißt du genau, von welcher Magic ich spreche. Von all meinem Fire, die ich halt live über den Monitor, viel, viel über den Screen, viel besser rüberbringen kann als über Wort, über Schrift. Das ist so mein Genius-Part auf jeden Fall. Was aber genau hier mein Advice ist, also was du meiner Meinung nach 2023 ganz wirklich und wahrhaftig brauchst, um auf Instagram erfolgreich zu sein, ist, du, Darling, simple like that. Pass auf, und ich gehe da jetzt nochmal tiefer drauf ein. Denn diese Zeiten, diese Zeiten sind vorbei, dass diese durchschnittlichen Accounts, dieser labbrige Toast, dass die irgendwas erreichen. Und damit meine ich nicht riesengroße, huge Accounts mit 100.000 Followern. Nein, davon rede ich nicht. Wie gesagt, diese Lady, die hier gerade diese Podcast-Episode aufnimmt, AK-Me, AK-Sambine Spallek, hat zu diesem Zeitpunkt nicht mal 4.000 Followern. Nein, darum geht es nicht. Und kurz um an Zahlen zu sprechen. Ich habe zum Beispiel im Oktober jetzt über 12.000 Euro Gewinn gemacht mit unter 4.000 Followern. Und es geht hier nicht um die Masse, wie viele Follower du hast, also um diese Zahl, sondern es geht darum, wie klar ist deine Marke, wie klar ist dein Personal Branding. Denn Darling, wenn du es noch nicht begriffen hast, wenn du da draußen bist als Coach, Mentor, Consulting, in der Art und Weise deine, eine Art und eine Dienstleistung auch dann halt verkaufst, dann bist du eine Personenmarke. Dann bist du eine Marke. Und damit auch auf Insta. Und das ist mega powerful. Nutze das Spiel damit, mit dieser Power von Personal Branding. Und damit meine ich nicht, irgendein fancy Logo zu haben, teuer kreiert von einem wundervollen Designer, obwohl du noch nicht mal einen Euro verdient hast mit deiner Arbeit. Oder irgendeinen coolen, fancy Namen, der mega kompliziert ist, aber den nur du verstehst und kein anderer. Ich persönlich liebe es zum Beispiel, wenn Personal Brands auch ganz klar mit ihrem Namen arbeiten und den auch benutzen, auch auf Instagram benutzen und nicht irgendwelche Healthy Living 200 irgendwas Namen haben, die erst mal sich, ne, um irgendwie, also sich im Grunde verstecken hinter diesem Begriff, weil sie es nicht hinbekommen, in ihrem Copywriting und also in ihren Texten und in den Storys mit ihren Worten, mit dem, in jeglicher Art ihres Contents, es nicht hinbekommen, ihren Inhalt zu vermitteln, dass sie sich verstecken hinter einem vermeintlichen Markennamen und hinter einem Logo, dass das alles erklärt, wofür sie stehen. Nein, du stehst für deine Marke. Du, dein Gesicht, deine Person, dein Mensch, all deine Ecken, all deine Kanten, all das. Denn Menschen kaufen von Menschen. Und erst recht, wenn du irgendwas mit Coaching, Mentoring oder Consulting machst. Mein Rat, also meine Empfehlung für ein erfolgreiches Business auf Instagram für 2023 ist, my love, setze dich mit deiner Markenidentität auseinander. Egal, wo du gerade mit deinem Business stehst, obwohl du, vielleicht bist du gerade ganz am Anfang, dann perfect, dann hast du, es ist ja ein weißes Blatt, und dann think about it, und zwar deep und richtig, richtig tief auseinandersetzen. Und ich gehe gleich weiter an, was das sich damit bedeutet, was das in meiner, von meiner Perspektive, was eine Markenidentität ausmacht. Aber auch wenn du schon Running Business hast, vielleicht noch nicht genügend Umsätze hast, oder was auch immer, egal in welchem State du gerade bist, und du gerade feststellst, wird gerade unbequem, diese Frage. Ich habe eigentlich mich noch nie wirklich mit meiner Markenidentität auseinandergesetzt. Darling, es ist niemals zu spät, das zu machen. Und das ist etwas Existenzielles, was nicht nur für Instagram wichtig ist, sondern auch, wenn du einen Podcast hast, einen Blogartikel schreibst, wo auch immer du deine Kunden erreichst, deine Brand-Identity dich damit auseinanderzusetzen. Und ich mache das mit meinen Mentees auch immer. Das ist ein ganz wichtiger Teil in meinem One-in-One. Und wenn jetzt schon mal dein Business vielleicht schon eine Weile läuft, und du gerade denkst, ich will mich eigentlich damit nicht auseinandersetzen. Ich habe ja schon so viel kreiert und man will das gerade nicht loslassen, weil man hat ja vielleicht schon ganz viel Zeit und Arbeit reingesteckt und will das nicht loslassen, weil sich das mega anstrengend und schwer anfühlt und Angst macht. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe über sechs, sieben Jahre lang Surf-Content kreiert, den größten deutschsprachigen Surf-Blog mit Community und so weiter und so fort, mit Label und riesen Drum-Rum-Rum, ja, ein riesen Komplex aufgebaut. Was meinst du mal, wie das wehgetan hat, das loszulassen? Habe ich schon mal eine ganze Podcast-Episode dazu aufgenommen. Also kannst du mal weiter runterscrollen. Dann wirst du sie finden über diesen Schmerzprozess. Aber darum geht es heute nicht. Und wie wichtig das ist, nicht an irgendetwas festzuhalten, nur weil du einen Designer dafür bezahlt hast für die Website und an dem Logo feststellst oder an diesen Farben oder weil du dafür so viel Arbeit reingesteckt hast, whatever. Dann hältst du an etwas Altem fest, aus dem du entwachsen bist und du quetschst dich selber in einen viel zu engen Schuh beziehungsweise auch hier wieder dieser Käfig. Du baust diese Stäbe. Du steckst dich selber wieder in diesen Käfig rein. Und jetzt will ich kurz noch mal eingehen auf diese Markenidentität. Das ist dieser Grundstein. Das ist ein Grundstein und dieser Rahmen. Kein Käfig, genau, sondern der Rahmen, der so hilfreich ist, weil du dann besser, erst mal macht dir deine Arbeit mehr Spaß. Du weißt klar, kannst dich immer wieder dann orientieren an deiner Markenidentität, an deinem Copywriting. Also ich rede hier nicht von einem fancy Logo, sondern ich rede davon, was alles deine Markenidentität beeinflusst. Das sind deine Worte, deine Sprache, dein Copywriting. Vielleicht hast du ein Dialekt. Vielleicht deine Art zu sprechen, zu schreiben, Farben, Vibe, Energy. Alle jegliche Facetten von dir und welches Gefühl du bei deinen Kundinnen auslesen möchtest. Und wie sollen die sich fühlen, wenn sie in deine Räume kommen oder wenn sie deine Texte lesen. inspiriert, aktiviert, runterkommen, was immer es auch ist. Und wie du dieses Ganze, das ist eine längere Journey und geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, definitiv. Und auch dieses wird sich immer wieder verändern. Und das ist auch in Ordnung. Sogar sogar so wichtig, dass sich dein Business mit dir verändert, weil du ständig wächst. Und in der Selbstständigkeit umso mehr. Und ich sehe halt immer so viele großartige Frauen da draußen, die sich aber nicht trauen. Die sich nicht trauen, sich auf Insta oder überhaupt mit ihrem Personal Branding, mit ihrer Marke, mit ihrer Identität wirklich zu spielen, wirklich groß zu spielen. Sie spielen immer safe. Immer gucken, genau, gucken sich bei anderen ab, okay, was funktioniert bei denen. Dann einfach das sozusagen übernehmen. Oder sich mit all ihren Ecken und Kanten abschneiden. Wenn du so ein Puzzlestück dir vorstellst. Und da sind alle diese Nupsis da draußen, die alles, was du rüber guckt. Und die schneiden all das, was dich einzigartig und besonders macht, das schneidest du alles ab. Damit du schön wieder eine Ecke, wieder ein Kasten bist. Wieder ein Rechteck, was du wieder überall reinpasst. Weil sie Angst haben, was Cupcake 23 oder ihr letztes Tinder-Date oder wer auch immer, was der von dir denkt. Oder noch, oh, warte mal, noch besser. Oder Gott bewahre. Was wäre, wenn die Szene, wenn die Kollegen oder die Mitarbeiter aus deiner Bubble, wenn die Leute über dich reden. Oh mein Gott. Und Darling, dazu sage ich, oh yes, bitte ja. Denn, lass sie reden. Denn weißt du, was passiert, wenn sie über dich reden, dann sage ich, Darling, dann hast du was verdammt richtig gemacht. Denn deine Marke ist das, was man hinter deinem Rücken über dich erzählt. Noch einmal. Deine Marke ist das, was man hinter deinem Rücken über dich erzählt. Also, ich möchte dich mehr einladen, mehr anzuecken, aufzufallen, anders zu sein. Denn es ist gut, es ist richtig gut, wenn sich Lager bilden. Und ich weiß, wir haben alle Angst davor, weil wir von allen liebgehabt werden wollen. Und das ist, geh nochmal tiefer zurück, da will ich heute gar nicht reingehen. Warum das so ist, alles kindheitsgeprägt, alle unsere Traumata und Trigger-Points, whatever. Deswegen liegt halt auch in der Selbstständigkeit und im Personal Branding so viel Heilung drin. Weil wir uns da, das ist Shadow Work Deluxe, habe ich erfahren dürfen, die letzten acht, neun Jahre, Selbstständigkeit. Und wenn sich Lager bilden, also richtig Hardcore-Fans und Hater. Und genau, es gibt immer so ein paar Leute, denen du egal bist, fein. Aber es ist richtig gut. Es ist richtig gut, wenn sich diese beiden Lager bilden. Das ist the part of the deal. Und das ist alles besser, als wenn du weiterhin safe spielst und du bist dann damit für alle gleichgültig. Da bist du dieser lapprige Toast und dieser Einheitsbrei. Also du und dein Content ist gleichgültig und austauschbar. Also meine Empfehlung für 2023 für ein erfolgreiches Online-Business, nicht nur für Insta, aber speziell für Insta, ist, sei nicht mittelmäßig. Verabschiede dich vom Mittelmaß. Und keiner von uns ist Mittelmaß. Denn jeder, auch du, bist einzigartig und unik. Und auf irgendeine Art und Weise traust du dich gerade noch nicht, sonst würdest du dir diese Podcast-Episode nicht anhören, dass du gerade nicht zufrieden vielleicht mit deinem aktuellen Instagram-Auftritt bist, vielleicht aktuell nicht zufrieden bist mit der Kundenreichweite, du hast, etc. Dann schau dir mal deine Brand-Identity an. Hast du dich jemals damit auseinandergesetzt? Weißt du, wer du bist? Weißt du, wen du erreichen willst? Weißt du, wie du die Probleme lösen kannst? Weißt du, was dich einzigartig macht? Weißt du, auf welche Art und Weise du die Menschen, also wie willst du sie zu dir holen? Wie willst du sie auf dir aufmerksam machen? Und das ist in der heutigen Zeit so unfassbar mehr wichtiger, als es vor fünf oder zehn Jahren war. Ja, weil wir noch mehr Eindrücke haben über das Internet, weil wir noch mehr reizüberflutet sind, weil alles sich so viel ändert. Und ja, da könntest du dich jetzt auf den Boden werfen, auf den Boden werfen und eine Runde weinen und schreien. Ja, weil alles, die Welt so grausam zu dir ist. Ist okay, kannst du machen. Oder dich denkst so, Mist, was habe ich bisher alles falsch gemacht und über dich herfallen und dich selber geißeln. Kannst du machen. Ja, ist okay. Aber steh dann wieder auf und triff deine Entscheidung für dein Business und für dich. Willst du diese Selbstständigkeit? Willst du dieses Personal Branding? Und es eventuell dann sagen, okay, I make it new. I make it happen. Und geh dafür los. Und rock Insta. Oder lass Insta gehen. Aber verschwende nicht deine Energie für diese Plattform, wenn du eigentlich darauf keinen Bock hast. Denn dafür gibt es nochmal ganz, ganz andere Plattformen, wo du auch wichtig ist, dich mit deiner Markenidentität auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall ist genauso für Podcasts oder Blogs in jeglicher Art und Weise sehr, 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 sehr wichtig. Aber auch für Instagram nochmal auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Was ich aber auch sagen möchte, ganz wichtig, das heißt nicht, dass du kein Online-Business haben kannst, wenn du gerade, wenn du für dich entscheidest, Instagram is not my place. Es gibt so viele andere Wege und Arten, wie du online sichtbar wirst. Und all diese Wege und Vor- und Nachteile und es ist nicht, es gibt nicht die, wie du von mir weißt, it's not the only one way. Du hast so viele wundervolle Wege, die dich zu deinem erfolgreichen Business führen. Aber darum geht es in meiner Masterclass Become Visible. Vier, fünf Stunden mega geiler Content, wo es genau um die Sichtbarkeit geht, wie du sichtbar wirst mit deinem Online-Business. Das verlinke ich dir unten in die Shownotes. Kannst du buchen. Ich möchte dich also ermutigen, aus ganzem Herzen dich mit deiner Brand-Identity auseinanderzusetzen. Damit du nämlich nicht das Grundrauschen in der Masse bist. Denn, my love, du bist hier, du bist hier, um der Donner zu sein, um der Blitz zu sein, das gewaltige Gewitter. Du bist nicht hier für ein Grundrauschen. Davon gehe ich aus. Du bist hier, damit die Menschen sich an dich erinnern. Und damit du, das ist zumindest mein Anspruch an mein Leben, ich will mein, ja mein Leben ist the piece of art. Und ich will das aller, allerschönste Kunstwerk. Am Ende meines Lebens will ich im Bett liegen und denke so, oh mein Gott, what a ride. Und will auf ein wundervolles Kunstwerk zurückblicken, weil ich mein Leben to the fullest und untamed gelebt habe. Und dazu gehört, dich mit deiner Brand-Identity, wenn du eine Selbstständigkeit hast, wenn du eine Personenmarke hast, dich damit auseinanderzusetzen, damit du dich komplett entfalten kannst mit deiner Arbeit. Weil daran, also wenn du das machst, es ist nicht nur dieser Eigennutz für, wo man sagen könnte, oh mein Gott, ja, dann habe ich mehr Geld. Sondern, das ist nicht verwerflich. Ich will sehr viel Geld verdienen. Ich will noch viel mehr Geld verdienen, weil ich dann auch noch mehr die Möglichkeit habe, noch mehr Menschen zu erreichen. Noch mehr Menschen zu helfen, noch mehr Menschen mit ihrem Business zu helfen. Liegt auch da in dem Kontext ganz, ganz, ganz viel Heilung da drin. Wenn du dir erlaubst, in deine komplette Kraft zu treten. Also trau dich und hör auf, safe zu spielen. Und das heißt nicht, dass du auf TikTok unterwegs sein musst oder dass du tanzend jetzt überall ständig Reels drehen musst, wo auf denen du tanzt oder ganz extrem laut sein oder ähnliches. Aber sei kreativ. Öffne dich wieder, zeig dich und tob dich aus und sei du. Das ist das Allerwichtigste. Sei du. Denn du bist nicht boring. Denn du bist nicht jeder. Du bist einzigartig. Du bist ein einzigartiges, kosmisches Event und lebe all das in deiner Brand-Identity aus. Und mach damit das Internet zu einem viel bunteren Place mit viel mehr Facetten, mit viel mehr Einzigartigkeit. Und solltest du gerade überfordert sein und denken, ich weiß, du weißt gerade nicht, wo du anfangen sollst, wie du deine Brand-Identity herausfinden sollst, dann lade ich dich von Herzen einmal auf. Das können wir zusammen machen. Und zwar in meinem One-in-One-Mentoring. Und zwar habe ich für den Dezember noch einen einzigen Platz frei. Oder buche dich schon gleich einen für 2023. Du kannst auch schon für nächstes Jahr dir deinen Platz sichern. Und dann sicher sein, dann dein Jahr, das neue Jahr 2023, mit vollem Fokus und Priorität, für dein Business loszugehen. Und das machen wir zusammen. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Schau mal unten in die Shownotes. Da findest du den Link fürs Kennenlerngespräch. So, das war's für heute. Ich verabschiede mich und sende ganz, ganz viel Love an dich aus Bali. Mach's gut. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.